Die Situation ist ja von Stadt zu Stadt unterschiedlich, übrigens auch von Region zu Region. Wir reden jetzt, und das haben Sie angesprochen, eher über ein Problem der mittleren und großen Großstädte. Dort brauchen wir zusätzliche Instrumente, erstens durch Investitionen in den Wohnungsbau, Stichwort sozialer Wohnungsbau, reaktivieren. Wir müssen darüber hinaus uns aber auch über die Frage unterhalten, unter welchen Bedingungen Mietpreiserhöhungen denn stattfinden dürfen und ob nicht es ein vernünftiger Versuch ist, vor dem Hintergrund, dass die Mietpreise nicht in den Griff zu bekommen sind, auch auf das Mittel der Mietpreisbremse zurückzugreifen.